Ho 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 lol Hallo, ich bin Marcel Davis Und schon seit 16 Jahren Bin ich bei 1&1 Fair und transparent Aber manchmal gibt es Dinge Die man nicht regeln kann Und wenn bei Ihnen irgendwas nicht läuft Dann rufen Sie einfach an Kostenlos 1&1 1&1 fair und transparent Hallo, ich war dabei als wir Kostenlos WLAN angeboten haben Für Telefon und Internet 1&1 1&1 fair und transparent Wann gehen wir Wir gehen erst wieder, wenn ja alles richtig läuft Ein Neumann da geschrieben Im Satz zu kompliziert Ein Neumann das hier Ist ein DSL-Modem Kaltes Modem raus Und neues Modem rein Und dann den Startcode eingeben Ja, das ist doch jedes Schwein Ho 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 1&1 1&1 fair und transparent Hallo, wir bei1&1 Haben immer richtig was... Höhöy Höhö就 Voll ein Fang! Voll ein Fang! Überall ein Fang! Sogar hier oben bin ich Marcel Abyss, das meint doch jedes Team 1-1 Tja, einfach smart Deshalb haben wir es so genannt, das 1-1-1-1-1